so da draußen an den ferngeräten ich habe gerade was entdeckt aber ich kann da nichts machen keine markierung setzen denn es sah so aus als wäre da oben irgendwie nun ja was soll ich sagen eine art luchs oder oh gott wolf auf jeden fall wieder mal hier oh der wolf der tötet die okay das hi oh dacke der fliegt nur einmal zu im ernst okay beide vorbei ja gut gebrüllt das kann ich auch ja ja okay der hammer hat noch 67 prozent gut jetzt ist jetzt auch gefährlich weil hier auch diese wölfe und so rumlaufen und hammer nein messern gut ich wollte ja auch den lukas machen aber vielleicht ist er ja auch gar nicht lukas so lasst noch mal gucken hier war noch was ach das war die falle stimmt von den einen wolf habe ich die haubleber fleiß bekommen aber nicht von den anderen warte mal so schneide schneide meck 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 der wolf der liegt im dreck 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 und so weiter so jetzt aber hier auf zum turm mein gott da wollte ich schon lange hin aber immer wieder kam ich dazwischen oh zum beispiel so einer hier ja jetzt kommt er auch noch auf mich zu dann hier nochmal blitz aber ja lasst mich los du stinkst mensch nach dem fleiß und so wie kann so nur so stinken wo ist meine falle 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 das ist was so mitnehmen okay aber das ist auch wieder nur eine pflanze aber nicht meine falle ich komme nicht zum turm wo ist denn meine falle 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 fall na komm nein stein ist besser na komm lauf da rein lauf da rein ja ich weiß was mich gesehen ok jetzt lauf doch da rein ach Gott bist du blöde so schön durchbohrt halt klar na gut oh hier sind auch wieder zwei malo da da und da wo rennst du hin du musst da irgendwo hinrennen ja ja und jetzt bam so hallo ja ja komm 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 bam bäm wieso kriege ich die nicht ähm das geht nicht ok nö dann ebenso ok die wollte hier nicht so geknack werden warum auch immer warum auch immer ja ja ich möchte jetzt erstmal hier zum turm lalala lalala da die da da du da da nein so ich bin wieder da und hast du die hingelegt die ja jup oh ja oh oh shit scheiße dick fast hätte ich dich umgeballert ja mal den Arme ansehen, ja? Oh nein, das geht schon. Alles gut. Ja, gut. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird ja. Mir ist schon abgeschlossen. Die haben sich verpisset. 76%. Gut, das kennen halt auch wieder Punkte. Habe ich da Punkte, ähm, ja, für das Vertrauen bekommen und so weiter. Mhm. Die Stromversorgung wiederherstellen. Hm. Äh, 0, 0. 1 von 1, das ist die immer noch. Spezial. Habe ich die, ne? Ähm, 379 Meter. Okay. Die Waffenkiste ist auch zu. Na toll. Okay. Wir sollen der Helden hin. Oder, weil gesagt, ich soll der Helden hin. Ha. So, mal gucken. Kann man was hier herstellen? Nein, können wir nicht. 3 von 3. Mir geht nicht. Äh, blib, blib, blib. Ja, ich weiß. Wurfobjekte. Äh, ne. Da ist nur das Messer. Dann habe ich hier die Wände, eins können wir da mal herstellen, so. Hm. Da sind ja die Steine, hier sind die Bolzen. Aha. Einer da, einer da, einer da. 11 von 10. Hä? Was? Annäherungsmine. Ja, die Mine habe ich. Okay. Hm. Gut. Die Falle kann ich leider nicht mitnehmen. Na schön. Einmal Frott, dann Kerosin. Äh, mir gilt es ja nicht zu sehen. Das ist ein Motorrad. Hat er das da hingestellt? Alles klar. Ähm. Hier ist nichts mehr. Da haben wir noch einen Lappen. Da ist noch was zum Trinken. Oder also ein Mittel. Ich schmier mir das Mittel auf meinen, oh, ist das eine Blumse mit? Ja. Moment, ja, ja. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Ein Aufzug. Äh. So, und nun geht's weiter hier. Ins Abenteuerland, hätte ich fast gesagt. Wo bist du denn? Ich höre dich, aber ich sehe dich immer mit so noch nicht. Wo, wo bist du? Ich höre dich doch ganz nah. Ich höre dich doch ganz nah. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Das kann doch. Das kann doch. Das kann doch nicht sein. Wo ist er denn? Das ist doch ein Ding. Okay. Keine Ahnung, ich seh die nicht. Wenn ich hier bin, dann würde ich das Ding manchmal stöhnen, aber es ist doch rot auf der Karte. Ist doch unsichtbar. Wo treffst du dich denn rum, Alter? Markieren, markieren, markieren. Merkwürdige, ich seh keinen. Na gut. Keine Ahnung, wo du dich rumtreffst, Alter. Bin ich hier, wird es hier angezeigt und bin ich da, ist es da und wird es da angezeigt. Ich höre dich ganz laut dann, aber naja, keine Ahnung, wo der ist. So. Schrei doch nicht so, Alte. Ist doch alles gut, Mann. Au. Aua. Ich hab dich nicht kommen sehen. Okay. Dann bin ich erstmal wieder voll. So. Boah, Alter, was für eine Regen, ey. Boah. Alter, 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 alter. Donnerwetter, ja. Boah. Blitz und Donner. Wow. Na ja. Überlege, ob ich da ein Foto machen soll, aber nö. Gibt doch noch bessere Momente. Eieieieieiei. Hm. Schnapp, schnapp, da, wada, 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 da, da. Hm, das ist noch über 400 Meter, Alter. Da ist eine Pflanze. Gut, den Wagen haben wir vor mal aufgemacht, wie es aussieht. Aber den habe ich noch nicht geöffnet. Da mach mal die Klappe auf und, ja. Da ist ein Knibbel. Den nehme ich doch gerne mit. Ja, ja. Das muss ja nicht immer wieder angezeigt werden. So, ich weiß, ich muss da hinten hin. Hier ist mein Bike. Das heißt, ich kann einmal ganz kurz schnell speichern. So. Und dann speichern ja auch am besten so noch mal. 738 Tage sind es vergang. So, ich speichern mal hier. So. Ähm. Das ist voll. Okay. Na, wenn ich jetzt im Turm da mit dem Motorrad hinfahre und dann muss ich ja irgendwann wieder zurück und dann verbrauche ich ja umsonst, äh, Benzin und sowas. Kann ich machen, wenn ich in eine Richtung fahren muss, aber nicht, wenn ich da und dann herfahren muss. Das bringt irgendwie nix, also. Ein Wasserfall und noch einer. Latter dir noch einer. Das ist doch schön. Die kann ich nicht besteigen, also hochsteigen. Dadadada, dadidada. Okay. Weiter, was wir mitnehmen. Dann nehme ich das doch mit. Warum soll ich das hier lassen? Keiner kann es gebrauchen. Nur ich. Ich bin der Pflanzensammler vom Dienst. Dann habe ich jetzt diese Ecke hier freigedingen. Und jetzt... Freigeräumt. Noch mehr Wasserfälle. Kleine. Gut. Ich möchte mir noch mal die kleinen Wasserfälle angucken. Die gehen ja ziemlich weit. Das ist doch schön. Ihr könnt ja mal angeln und sowas. Oder je nachdem. Wenn da welche drin wären zum Angeln. So, ich muss da oben hin. Alles klar. Und es geht noch weiter. Eieieieiei. Eieieieiei. So. Hier war ich ja schon mal. Die habe ich alle weggeräumt. Deswegen kann ich einfach hier so schön hingehen. Es sei denn jetzt neu dazu gekommen. Aber ich glaube nicht. Oh, der hat noch was. Ein Minikit und noch so ein Mittel. Ach. Da ist noch ein Papier, hätte ich fast gesagt. Ein Lappen. So. Dann werde ich hier mal gucken. Au. 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 Na dann. Na also. Fallen lassen. Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Bitte, Mister. Ich schieße nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Hm. Ach Gott. Alles klar. Mal sehen, ob Sie hier irgendwo in einem unterirdischen Bunker haben. Hm. 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 Na ja, nur dafür habe ich leider keine Muni, aber dafür schon. Gut, dann muss ich jetzt hier diesen Bunker untersuchen. Ähm, ich würde mal sagen, aber da drin war ich schon. Wozu das Messer alles gut ist? Na dann. Oh, ist das tief. Okay, die haben hier ein Safe. Könnte genauso gut mit Waffenfrank sein. Oh, hinsetzen. Schlafmöglichkeit. Hauptsala, 95%. Mission abgeschlossen. Aber 5% fehlen ja dann noch. Wow. Okay. Mhm. Herstellungsrezept freigeschaltet. Oh. Nägel besetzter Baseballschläger. Rezepte. Neu entdeckte und herstellbare Rezepte sind im Überlebensrat zu sehen. Okay. Dick, bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Werken. Oh, ich habe gerade den Funkturm für Koblen gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Schlafen. Benutze eine Britsche an sicheren Orten wie Bunker oder dem Versteck, um zu schlafen und die Zeit voranzuschreiten zu lassen. Einige Herausforderungen wie Infizierungen können je nach Tageszeit anders angegangen werden. Außerdem kannst du deinen Fortschritt in der Nähe einer Britsche speichern. Wie groß ist das, was er schön sagt? Ich glaube, bei mir. Hm. 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 Schnell speichern. Und normal geht auch. Hm. Na gut. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt mal hier. So, dann bedanke ich mich erst einmal an dieser Stelle. Und ich mache dann in der nächsten Folge sowieso weiter. Und ich hoffe, du bist dann auch wieder da mit bei. Dann gucke ich mich noch mal ein bisschen bunkel hier um. Vielleicht fände ich mir noch was. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Und ich hoffe, du bist auch da mit bei. Also dann, mach's gut. Schönen Tag, schönen Abend oder wie auch immer. Und dann bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Bye, bye.